In diesem Video geht es um den Satz des Pythagoras. Für den Satz des Pythagoras brauchen wir ein rechtwinkliges Dreieck. Unser Dreieck hier hat die beiden Katheten A und B und die Hypotenuse C. Der Satz des Pythagoras behauptet nun, dass wenn man über jede der drei Dreieckseiten ein Quadrat zeichnet, dann ist die Fläche der beiden Kathetenquadrate exakt gleich groß wie die Fläche des Hypotenusenquadrates. Wir sehen uns das Ganze nun einmal an. Die Seite A ist in meinem Beispiel 3 cm lang. Die Fläche des Kathetenquadrates an der Seite A ist also 9. Die Seite B ist in meinem Beispiel 4 cm lang. Die Fläche des Kathetenquadrates ist nun also 16. Stimmt nun der Satz des Pythagoras, dann müsste die Fläche der beiden Kathetenquadrate gleich groß sein wie die Fläche des Hypotenusenquadrates. Wir sehen nun, die beiden Kathetenquadrate haben eine Gesamtfläche von 25 cm² und das Hypotenusenquadrat hat auch 25 cm². Nun stellt sich natürlich die Frage, ob das nur in diesem speziellen rechtwinkligen Dreieck funktioniert oder ob das in allen rechtwinkligen Dreiecken funktioniert. Zuerst verändere ich die Größe des Dreieckes. Wenn man nun die beiden Kathetenquadrate zusammenzählt, 22,3 bei B² und 12,6 bei A², kommen wir wieder auf 34,9 beim Hypotenusenquadrat C². Das Ganze trifft auch zu, wenn ich die Form des rechtwinkligen Dreieckes verändere. Zum Beispiel ein sehr spitzwinkliges Dreieck, wir haben dann hier 1,59 als Fläche, bei A² 33,3 und in Summe ergibt das wieder 34,9, was genau der Fläche im Hypotenusenquadrat entspricht. Aus dieser Erkenntnis lassen sich nun die Formeln für den Satz des Pythagoras ableiten. Die Summe der beiden Kathetenquadrate, A² plus B², ist gleich der Fläche des Hypotenusenquadrates, also C². Formt man diese Formel um, so kann man sich auch die Fläche der Kathetenquadrate ausrechnen. Fläche des Hypotenusenquadrates weniger Fläche von A² würde die Fläche von B² ergeben und Fläche des Hypotenusenquadrates C² weniger Fläche des Kathetenquadrates B² ergibt die Fläche des Kathetenquadrates A². Diesen Hefteintrag überträgst du bitte in dein Schulübungsheft und wir sehen uns in der nächsten Mathematikstunde.